Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Eine Kombination aus Brauerei und Gastronomie. Das bietet das Brauhaus zur Post in Frankenthal. Neben seiner frischen, hochwertigen Küche überzeugt der Gasthof durch das urige Ambiente sowie das tolle Team. Egal ob knackige Salate, deftige Fleischgerichte oder vegetarische Köstlichkeiten. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Probieren Sie zum Beispiel das gefüllte Braumeisterschnitzel, die Käsespätzle, die Melzerpfanne mit saftig-zarten Schweinemedaillons und Roastbeef, den Hotstone Veggie Burger oder die herzhaften Flammkuchen. Dazu genießt man ein hauseigenes Bier oder eines der vielen anderen Getränke auf der Karte. Bekannt ist das Lokal darüber hinaus für seine Themenabende. Die zahlreichen Stammgäste schätzen das gute Essen, den Top-Service sowie die ansprechenden Räumlichkeiten und den schönen Biergarten. Auch von der Firmen-TV-Redaktion gibt es eine klare Empfehlung. Brauhaus zur Post. Braukunst trifft Gemütlichkeit.